Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, erstmal einen wunderschönen Sonntagmorgen in die Runde. Momentan traden wir bei ungefähr 27.600 US-Dollar. Wenig Veränderungen im Gegensatz zu gestern. Ihr seht schon eine minimale Erhöhung von 200-300 US-Dollar. Wir haben es gestern schon mal in der Telegram-Gruppe kurz angesprochen. Manche sind wieder long gegangen. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder einen Stop-Loss erstmal auf Entry gemacht. Das war kein offizielles Setup. Ich bin einfach nur mal long gegangen, um zumindest eine kleine Bewegung mitzunehmen. Aber momentan sind wir so ein bisschen am Messerschneide. Geht es tiefer, kriegen wir wieder unsere Erholung rein. Momentan deutet noch wenig darauf hin. Außerdem ist Sonntag. Ich vermute, dass heute Nachmittag oder heute Abend erst wieder deutlich mehr Bewegung reinkommt. Und ja, den Rest werden wir uns auf jeden Fall zum heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updatesignale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und nochmal so ein kleiner Tipp von mir. Ich habe gestern noch das D-Lens-Pre-Sale-Video hochgeladen. Wirklich sehr, sehr interessantes Projekt. Schaut euch das gerne nochmal an. Und heute Nachmittag kommt da mein Favorite Pre-Sale. Und zwar New Eternal Life. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Kommt dann heute Mittag oder heute Nachmittag online. Für mich momentan wirklich das beste Pre-Sale-Projekt. Gut, und damit genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Momentan traden wir, wie gesagt, bei 27.620 US-Dollar. Wenig Veränderung hier auf dem 1-Stunden-Chart. Ihr seht schon, dieses T4 haben wir uns jetzt nochmal angetestet. Wurden hier jetzt aber erstmal ein bisschen zurückgewiesen. Konnten somit erst einmal hier kein höheres Hoch reinbilden. Das ist erst einmal zumindest für uns jetzt erst einmal nicht so gut. Weshalb ich eher davon ausgehe, dass wir nochmal zumindest einen kleinen Rücksetzer zumindest hier runter in die Region um 26.600 bis 26.250 US-Dollar noch einmal sehen. Das war übrigens gerade die Putzkraft. Auf jeden Fall, ja, das ist erstmal so ein bisschen der Plan. Wie gesagt, wir haben kein höheres Hoch reingekriegt. Wir wurden hier eben an dieser kleinen Ineffizienz rejected. Es wäre wirklich auch besser, wenn wir hier unten einfach die Liquidität im Bereich der 26.600 beziehungsweise 26.400 US-Dollar erst nochmal abholen. Hier liegt auch im Endeffekt hier die nächsten Lows nach dieser Konsolidierungsphase. Da haben wir gestern ja schon mal drüber gesprochen, dass hier in dieser Phase erstens durch Binance sehr, sehr wenig Volumen nur noch reingekommen ist. Das heißt für mich persönlich liegen hier unten einfach die meisten Stop Losses. Weshalb ich mich ganz klar hier unten dann erst einmal positionieren würde. Momentan, wie gesagt, sieht das alles so ein bisschen nach einer bearischen Konsolidierung aus. Wir kriegen keine höheren Hochs rein. Wir kriegen kein neues Kaufvolumen rein. Der RSI hat sich jetzt zwar auch ein bisschen erholt, aber so richtig Bullish sieht das auch noch nicht aus. Und hier würde, ganz ehrlich, sollten wir jetzt hier im 4-Stunden-Chart nochmal runterkommen, ein höheres Tief im RSI sehr, sehr gut stehen und damit auch eine kleine Chance auf eine Bullish Diversion. Das sind so momentan jetzt erstmal die Ziele für den Sonntag, beziehungsweise gegebenenfalls dann auch für den Montag. Ansonsten sollten wir hier wirklich drunter schließen, auch mit einer Daily Candle unter 26.200 US-Dollar. Sieht es wirklich bearish aus. Und das Golden Pocket bis ungefähr 24.000 US-Dollar kommt dann auf jeden Fall wieder in Frage. Gut, dann würde ich sagen, blicken wir nochmal ganz kurz auf einerseits den Daily und den Weekly Close. Welche Level sollten wir halten? Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Noch ein bisschen Ordnung im Chart. Also Daily Close haben wir auf jeden Fall schon die Aufwärtsstruktur durchbrochen. Also das können wir auf jeden Fall schon mal vergessen, dass wir hier irgendwie den Wert darauf legen sollten. Vielleicht würde uns noch ein bisschen Hoffnung geben, sollten wir hier unter die 26.950 US-Dollar. Dort ein Daily Close wäre einigermaßen, sag ich mal, noch neutral gesehen. Aber ihr seht schon, wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen, dass so ein Head-and-Shoulders-Chart-Pattern auf jeden Fall in den nächsten Tagen im Raum der Möglichkeiten steht. Schauen wir uns auch ganz kurz den Weekly-Timeframe an. Wie sieht es dort aus? Theoretisch schließen wir so, ist es bearish, schließen wir über der Marke von 28.300 US-Dollar. Wäre das einigermaßen bullish, zumindest kein tieferes Tief. Aber auf Daily-Sicht ist natürlich die Aufwärtsstruktur erst einmal schon mal gebrochen. Und für mich, wie gesagt, weiterhin deutet eher alles darauf hin. 24, 25k sind die nächsten Ankerpunkte erst einmal. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum auch wenig verändert, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Vier-Stunden-Timeframe. Ziemliche langweilige Seitwärtsphase. Auch hier haben wir es nicht mal geschafft, die Ineffizienz hier oben zu füllen. Also wir haben noch ein gewisses Aufwärtspotenzial hier in die Region um ungefähr knapp 1900 US-Dollar. Aber der Markt sieht nicht wirklich bullish aus. Volumen geht raus. Keine wirklichen Impulse hier, keine bullish Divergence, gar nichts momentan. Also auch hier gehe ich eher davon aus, 1819 bis ungefähr 1807. Mindestziel sollten wir bei Bitcoin sogar nochmal die Tiefs rausnehmen. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht glaube, also unter diesen 27.200 haben wir glaube ich gerade gesprochen, dann sind hier auch die 1750, 1760 US-Dollar nochmal drin. Das wären dann gegebenenfalls nochmal Nachkaufzonen. Wie gesagt, wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen, dass wir bei Ethereum ja unsere Profite rausgenommen haben, 25% bereits wieder reinvestiert haben. Und hier wäre dann gegebenenfalls nochmal so eine Nachkaufzone 1760 oder 1600 US-Dollar. Da schauen wir uns einfach mal an, wie das so die nächsten Wochen weiterläuft. Aber ansonsten gibt es hier nach jetzigem Stand wenig zu besprechen bei Ethereum. Ja, dann auf jeden Fall würde ich sagen, also Wochenausblick fällt diese Woche leider aus, weil wie gesagt, ich bin im Urlaub, das schaffe ich zeitlich momentan nicht. Wir können nur nochmal ganz kurz, was mich auch ein bisschen interessiert, einen DAX angucken. Da habe ich ja auch dazu geschrieben, für mich Short Order jetzt erstmal zu, die 16.000 Punkte Marke für mich weiterhin absolut hier in greifbarer Nähe. Der Long läuft weiterhin, den haben wir aber damals schon im Wochenausblick eröffnet. Der war hier unten bei den 14.800 US-Dollar, 50% sind zu. Sollten wir hier oben bei den 16.000 Punkten ankommen, werde ich hier auf jeden Fall 75% rausnehmen und dann mir langsam mal ein bisschen Short Gedanken machen. Aber momentan sieht es einfach zu bullisch aus. Wir haben jetzt hier in diesem Widerstandsbereich schon mehrere Reaktionen gesehen und der DAX konnte bisher nicht drehen. Deswegen warten wir hier jetzt erstmal ab und nochmal so ein kleiner Ausblick auch auf den DXY. Können wir uns ja auch mal ganz kurz gönnen, wenn wir schon dabei sind und ich den auf die Schnelle finde. Ja, genau, hier. Also DXY, schönes Reversal, haben wir ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen. Hier in dieser grünen Kaufbox. Seitdem, erst einmal Seitwärtsphase, das ist noch von letzter Woche. Wir haben noch keinen Breakout gesehen. Der Dollar konsolidiert sehr, sehr lange. Das wiederum sollten wir hier im Bullisches Breakout, sage ich mal, sehen. Was aber momentan noch nicht so wirklich den Anschein macht, weil wir keine höheren Hochsehlen mehr reinkriegen. Also momentan müssen wir hier erstmal ein bisschen warten. Aber sollten wir hier diese grüne Box bei 102 US-Dollar brechen, sehe ich hier ganz, ganz flott diese 103 bis 103,2 US-Dollar. Das wäre dann so die nächsten Level und könnte da nächste Woche für den DAX etwas bearischer werden und natürlich auch für die Aktienmärkte. Aber schauen wir erst nochmal, was uns so ein bisschen erwartet. Ansonsten kommen wir noch ganz kurz zu den News. Mika in der EU, ein wichtiger Moment für Krypto. Ja, wurde jetzt mal endlich ein bisschen reguliert. Aber ja, wer weiß, was denen da draußen noch so ein bisschen einfällt. Mit, wie war das, 1000 Euro Wallet und so muss KYC verifiziert sein. Viel Glück, EU, das schafft ihr eh nicht. Aber gut, lest euch den Artikel gerne durch. Ich werde in der Telegram-Gruppe, müsste da mittlerweile schon drin sein. Ansonsten würde ich sagen, war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, heute Mittag kommt das New Eternal Live. Anonyme Kryptokreditkarte, anonyme, was weiß ich was. Alles, also schaut euch das gerne an. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, wenn ihr Bock habt. Und dann hören wir uns morgen früh wieder, beziehungsweise heute Mittag dann zum Video. Aber ansonsten bis morgen früh. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.